... mit... ... hierher! Vielen Dank! Ein und gegrüßet euch hier zum Mittelfeld! Ernehmend wie Sackpfeifen und Trummel das Spiel eurer Ewigkeit! Wir spielen euch Lieder aus fernen Landen und aus längs vergangener Zeit! Doch bevor wir dies tun, seht ihr diesen jungen Mann? Könnt ihr ihn alle sehen? Ja! Nehmt keine Drogen! Nun ihr Leute, das letzte Lied wäre wohl eine Reisegeschichte! Wisset, wir schlossen uns da einst einer Reisentruppe aus engen Landen an! Und wir zogen mit ihnen in Italien! Wisset, wir waren auf der Suche nach der Heiligen! Handgranate von Antiochia! Wie ihr seht, haben wir sie gefunden! Sie war thus verschleppt in einer Höhle und wurde bewacht von diesem Killerkanikel! Und ihr Leute, die Reise dauerte genau drei Tage! Denn wir hatten ganz schnelle Kanäle auf unserem Weg nach... ...Allecina! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Tausend Dank, Leute, tausend Dank. An dieser Stelle haben wir nun eine kleine Frage.